Das ist ein Muzankar, heute da den 18.000, der Fumi ist heute der Bedeutung. Ich denke, da wollen die Bedeutung und kann man die Bedeutung. Musik 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 Ich glaube, das ist eine große Bühne, die ich habe. Wir haben hier eine große Herausforderung, wir haben hier eine große Herausforderung. Ich habe einen schönen Tag, einen schönen Tag und einen schönen Tag. Wir haben 60 Meter.